Wir sind Deutscher Meister. Im Augenblick steht dieser SSL-Jahre 1989-Punktsaal am 3. Position. Und am 1. Position steht hinter der Bände der TSV Reiningdorf. Wir begrüßen ganz besonders den buntesten Einer, der heute mit auf der Tribune sitzt, Marcel Lohsfeld. Herzlich Willkommen. Und ebenso ein Applaus für den Fußballverantwortlichen des Bayerischen Fußballverbandes, Michael Tittmann. Mit Begegnung auch hier. Wir freuen uns, dass Sie bei heute zu uns nach Regensburg gekommen sind. Ja, heute geht es um die drei Punkte. Der SSL-Jahre 1989-Punktsaal hat momentan so nicht unbedingt seinen besten Lauf. Aber diesen Lauf wird er heute wieder auf den Vordergrund bringen. Er wird heute mit Sicherheit eine tolle Leistung picken, ein toller Spiel picken. Und damit sind wir auch schon bei der Aufstellung. Er ist jetzt 6 zu Ende. Zwei davon haben wir ja auch gewonnen. Ein Unentschieden, drei. Und manche dürfen gewonnen. Die Aufstellung. Schiedsrichter Maximilian Althofer mit Thomas Fischow und Florian Islinger. Im Gäste-Team sind der deutsche Nationalspieler Pless mit der vier Amiri, Deskotevich, Nesovic, Buna. Ein deutscher Nationalspieler mit der Nummer 9 Fischer. Bostinovic mit der RF Czacic. Mit der 14 Faister. Mit der 15 Funger Spider. Zwei deutsche Nationalspieler mit der 19 Fauer. Und mit der 20 Sipai. Und ein österreichischer Nationalspieler für Vino. Der Spieler hoch bei den SSV-Jahren. Ja, Freifahle auch von der Gäste-Seite. Im Jahr-Team sind Alexander Günther. Bisher der Torschützenkönig in dieser Mannschaft. Lukas Krugli. Chris Sauer. Philipp Paduta. Philipp Ruppers. Chico Torwart Raul. Und Francesco Calvano. Ersatzkorwart. Loey Gazzini. Träger Thirst-Portgar. Wir wünschen nun ein super tolles Spiel. Ein spannendes Spiel. Und natürlich hier aus lebensvoller Sicht die drei Punkte, die vorregenden Logo nicht sind. Danke schön. Jörgelski Katle. Kan für den Kone immer noch ein paar Hерхweiß trash. Vamos an den ersten Sahnenklarien. Entschuldigung. Der Den Ofen übern es seit Ок. 겠다. MUX-Tرت. Sehr gut. Ich habe mich übernة citing. dólares veror aktiviert. Wir curtain Tag an. Ja, da steht man. Vielleicht bin ich einfach nur zu doof. Ja, das ist schon. Ich weiß nicht, warum ich da nicht ranke. Ich weiß nicht, warum ich da nicht ranke. Ja, wenn es nicht anders geht, dann machen wir es halt ohne Musik. Ansonsten ist es auch immer ohne Musik beim Einlaufen. Und damit sind wir auf 18 Uhr, auf Spielbeginn und hier der Einladung unserer beiden Mannschaften. Herzlich willkommen in die Regensur PSV bei den Gehörern aus Kasselbeck der SSV-Jahre. 1889 der Kultusabteilung. Sehr gut, Herr Wolltag. Und wir haben bereits alle die Füten auf der Kribüne gemacht. Aber jetzt erst einmal die Begrüßung nochmal mit einem herzlichen Teil, vor allem mit unserer beiden Mannschaften. Herzlich willkommen und auf ein faires Spiel. Ich komme mit einem Schwerer auf die Begrüßung. Und da ist die Begrüßung irgendwo im Begrüßung. Vielen Dank. 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 ... 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 Der Sovarno! Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Schiff, 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 schiff! K-2-A-F-O! S-O-F! D-U-A-F-O! D-U-A-F-O! DSO, 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 DSO. DSO, 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 DSO. DSO, 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 DSO. Geil, Geil, Geil! 2. 3. 4. 4. 4. 5. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Wir kommen! Wir kommen! Wir kommen! Wir kommen! Wir kommen!